hallo und willkommen zurück zu railway empire und wir sollten eigentlich waffen produzieren ich weiß aber noch nicht wie in familien die fabrik wir gucken mal ja wenn es hier mal was wird vielleicht können wir ja die ausbauen ist die abweisen wann kriege ich überhaupt die industrie habe keine ahnung ich kann ja bloß drei industrien in einer stadt bauen da müsste ich auf jeden fall schnell sein so schauen wir mal hier weiter das was netz hier ausbauen rock island noch anbinden das können wir uns hier auch noch anbinden des obst weil wir haben die aufgabe auf 16 60.000 zu erhöhen und dann manchmal finde ich es grässlich mit welcher begeisterung unsere landsleute in den krieg investieren doch würden sie es nicht tun wären wir dem untergang gewalt genau jetzt haben wir das problem schon na dann brauchen wir die signale mal um und entfernen das hier so setzen dass hier und setzen dass hier irgendwann lerne ich es vielleicht selber machen wir hier hinten auch so der warte doch weiß gleich hier alles 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 meins wundert es dich nicht dass niemand sonst mitgeboten hat nein mir aber auch egal so ja ich würde trotzdem gerne die machen steigert sich mal sehen was denn mit dem hier eigentlich läuft doch nicht der laden oder so was denn das optimiert damit wir kaufen einfach alles gut dann erweitern wir halt kleiner zug der steht da einfach und spion spion ist immer gut und was er uns mitbringt wir bauen einen neuen bahnhof einen kleinen bahnhof in rock island oh da gibt es käse was für ein käse und noch einen kleinen bahnhof hier oben oder was brauchen die irgendwas er endet bald ja das habe ich verstanden das wird jetzt ganz schön blöd okay bevor wir jetzt verlieren werde ich jetzt was anderes ausprobieren und zwar werden wir hier dass sie vielleicht alles kaufen kann man das kaufen kopf kopf oder dass sie verkaufen keine ahnung ich kann ja keine waffen produzieren ich sehe keine waffen produktion auch hier schafften wir es ja noch ja noch was dazu bräuchten wir erz erz wo haben wir erz hier und wieder bin ich jetzt gaga so mal gucken ob wir das noch hinkriegen hier auf jeden fall noch erz das sind die wichtigsten dinger die wichtigsten dinge die er mitnehmen muss der chicagoer bahnhof das rüstern wir auch wir haben hier wahrscheinlich wieder mal kein Versorgungszentrum gehört klar so wie vielseite am Ende zugegeben ich profitiere vom krieg aber das hat das geschäft mit Schatz scheinen so an sich unsere seite gewinnt dadurch und das fällt eben auch etwas für mich ab ok gucken wir mal ob das noch reicht wenn nicht dann nicht Lokomotive wählen so so guck mal hier mal rein so 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 Spitzmäßig läuft, läuft, läuft. Na, schauen wir mal. 61 wahrscheinlich, Ende 61. Sehr schön, wenn wir es noch hinkriegen würden. Ich weiß, ich weiß, Aufgabe endet bald. Du besitzt nun eine Waffenfabrik. Nun wirst du selbst in die Gefechte eingreifen können. Zumindest indirekt. Denke daran, bei Bedarf die Fabrik auszubauen, um deren Produktion zu erhöhen. Der Präsident ist zufrieden. Wir haben die Truppen der Südstaaten zurückgeschlagen. Nun geht es darum, dass wir nachrücken. Und dazu müssen wir Nachschub liefern können. Deine Aufgabe ist nun so schnell wie möglich das Streckennetz nach Söden auszubauen. Binde dabei die vorhandenen Linien ein. Tennessee ist strategisch entscheidend für den weiteren Verlauf des Krieges. Wir haben Militärlager in Nashville und Memphis errichtet. Liefere Waffen dorthin, und zwar so schnell du kannst. War das dein Rad, das zu mir rübergerollt ist? Zu Städten. Okay. Zu Städten. Zu welchen Städten? Zu allen. Egal welchen, oder? Scheint so. Ich glaube, jetzt rüsten wir erstmal unsere ganzen Züge hier aus. Und jetzt schon Heizer. Oh, der mag den nicht. Das ist okay. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Das haben wir noch. Ein Wachmann und Zugführer. Gut, haben wir alle eingesetzt. Und dann gucken wir mal, dass wir hier Waffen herstellen. Für den Bauernkrieg. So und wo soll ich jetzt? Ah, was ist das? Ne, das brauche ich nicht. Bei jedem Blödsinn brauchen wir ja nicht kaufen. So, wir haben jetzt hier eine Strecke, die wir eingenommen haben, sozusagen. Das wäre Nashville. Und Memphis. Und was hat er gesagt, was er unbedingt haben wollte? Tennessee. Egal, wir gehen jetzt glaube ich erst einmal. Hier runter. Und jetzt einen Zug. Ein nach. Ich glaube, das bringt gar nichts hier in dem Spiel. So. Dann bauen wir noch eins von hier. Was? Ich könnte... Ne, war ich jetzt nicht. Jetzt versuchst du es mit einem Reporter. Was folgt danach? Deine Mutter? Der war gut. Respekt. Hat er mich voll weggedisst. Mal gucken, ob das hier was ist. Okay, passt. Ja, die guten Präsidenten immer. Die werden das schon hier richten. So. Ja. Waffen. Guck mal. Da hat es deinem Lokführer wohl die Hose vom Hintern gerissen. Alles gut, alles gut. Einige Zeitungen haben sich kritisch über mein Vorgehen mit den Schatzscheinen geäußert. Ich werde diese Zeitungen wohl aufkaufen müssen. Ah, diese Info-Button brauche ich aber langsam auch nicht mehr. Also dass hier bald keine Fracht mehr gebraucht wird, ne? Vielleicht lehrt er ja wenigstens hier was. Das wäre ja nicht schlecht. Jetzt auch einfach mal. Das war grad nix. Was? Hat der mir eigentlich was gebracht? Ich glaube nicht. Keine geeignete Fracht brauchen die gar nicht. Da brauchen wir grad so wenig. Natürlich auch möglich. Ein bisschen Verluste auf manchen Linien. Und der fährt auch hier ganz alleine rum. Dann schauen wir mal, ob wir hier die Produktion steigern können. Mal wie das aussieht. Fehlt uns das Eisen. Fehlt uns das Eisen. Fehlt uns das Eisen. Fehlt uns ein Eisen. Das ist hier ein Militärlager? Ja. Das ist Sand. Na ja gut, wir versuchen es zu produzieren, ne? Aktuelle Auslastung 0%. Warum? Plus 16. Oder lagert der da einfach gar nichts ein? Jetzt versuchst du es mit einem Reporter. Was folgt danach? Deine Mutter? Okay. Hm. Muss ich das wohl irgendwie verlegen? Weil... Das Warendepot. Da wird nichts eingelagert, sondern nur... Schauen wir mal. Wenn der Zug hier kommt, was der macht. Was wiegt 50 Tonnen und hat keine Räder? So, der nimmt schon immer ein bisschen was mit. Also gut, der nimmt was mit. Das ist okay. In dem Fall lassen wir das erstmal so. Der macht einfach gerne meine Züge, glaube ich, kaputt. Vieh und Frucht. Wir brauchen aber Milch. Was brauchen die hier? So ein Fleisch. Was kriegen sie hier? Haben wir grad genug, oder? Mehr als genug. Ja, kaufen wir mal, wa? Ja, so geht's auch. Einfach mal aufkaufen. Ja, so geht's auch. Und dann kaufen wir mal was Neues. Ähm. Lassen wir sie ab. Und dann kaufen wir mal was Neues. Ähm. Hm. Baumwolle. Salz. Holz. Holz. Holz wäre auch geil. Können wir hier ein Sägeberg hinbauen. Und rum. Gleich ein paar noch. Ja. 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 Wir legen hier schnell an die Gleise. Nehmen diesen Zug. Ja. Ja. Hier können wir eigentlich perfekt. Okay. Okay. Ja, dann weiter. Äh. Waffen, Waffen, Waffen. Was? Hier kann sie um wie da. Der Zug. Wer hier die Waffen transportiert. Was transportiert der? Der transportiert nur Fleisch. Was ist der andere Zug? Der fährt grad hier runter. Der hat eine Pasta rein. Nein. Hier muss ich wieder Versorgungs- Häuschen bauen. Nein. ok dann bedanke ich mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal bei lway empire tschüss